Deutsch lernen durch Hören Ulrike als Nachhilfelehrerin Ulrike arbeitet als Nachhilfelehrerin. Früher war sie Lehrerin an einer Schule, doch sie hat bemerkt, dass sie lieber mit kleineren Gruppen bzw. Einzelpersonen arbeitet. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Mathematik. Meistens arbeitet sie nachmittags oder an Wochenenden. Seit kurzem unterrichtet sie jedoch auch Erwachsene in Deutsch. Meistens in einem Abendkurs. Außerdem ist sie flexibel mit dem Arbeitsort. Sie hat einen eigenen Klassenraum, unterrichtet ihre Nachhilfeschüler jedoch auch gerne bei ihnen daheim. Sie liebt es, dass sie den Unterricht für jeden Schüler individuell vorbereiten kann. Das war in der Schule nahezu unmöglich. Denn jedes Kind lernt unterschiedlich und hat andere Stärken und Schwächen. Sie passt ihren Unterricht immer an die Kinder an. Ulrike hat beim Nachhilfeunterricht ihre eigenen Sachen mit. Stifte, Zettel, Lineare, Zirkel, Radiergummis und vieles mehr. In Deutsch hilft sie vor allem bei der Grammatik, zum Beispiel bei Artikeln, Präpositionen und Verben. Außerdem wird erklärt, wie man Groß- und Kleinschreibung und Kommas verwendet. In Mathe lösen sie einfache Rechnungen wie Addition, Substraktion, Multiplikation und Division. Aber auch schwierige Formeln, bei denen zum Beispiel Buchstaben vorkommen. Des Weiteren kann die Anwendung von Taschenrechnern kompliziert sein. Daher hilft sie dabei. Ulrike hat immer eigene Unterlagen, die sie vorbereitet hat. Meistens machen sie jedoch Hausaufgaben und Übungen, die die Schüler von ihren Lehrern bekommen haben. Über die Jahre hat sie viele verschiedene Unterrichtstechniken gelernt. Sie verwendet Arbeitsblätter, genauso wie Videos oder Audios. Ulrike gibt ihr Bestes, um ihren Schülern das Thema verständlich beizubringen. Daher ist es immer ein gutes Gefühl, wenn ihre Nachhilfeschüler Tests bestehen und gute Noten bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017